Hallo zusammen, hier ist wieder Lux an Wunder mit einem neuen Tutorial. Heute zeige ich euch einen Party-Trick, nämlich wie man mit einem Apfel ein Bier öffnet. Der hält auf jeder Party sein. Also erstmal brauchen wir einen Apfel, einen möglichst festen Apfel und wichtig ist, dass wir hier den Apfel-Stapel ausdrehen. Das nennt man übrigens Stapel. Den kann man ausdrehen und dann müssen wir diese Kerbe hier, die dadurch entsteht, ein bisschen verbreitern. Dazu schneiden wir hier viermal ein und machen hier viermal quer. Und dann kann man diese Reiecke hier aushebeln. Das kann man auch mit einer Schere machen oder heimlich vorbereiten. So, jetzt haben wir hier mit dem Apfel in diesem Apfel einen Flaschenöffner integriert. Den wir jetzt einfach über dieses Bier stülpen können und damit das Bier öffnen. Der hält auf jeder Party sein. Mit einem Apfel ein Bier öffnen. Lux an Wunder!